So, vom Süden wieder nach Hause. Ja, wir sind aber lieber drinnen auch. Ja, das ist echt krass. Es ist so viel Schnee. Brutal. Also links geht fast gar nichts mehr. Ja. Es wird heute Sonnenstrahlen. Blauer Himmel ist wieder auch. Und ja. Es ist echt heftig. Stirn. Aber es ist aufschneiden. Ja, krass. Ja, total. Ja. Nichts achten. Magst du dich mit den Ski anhängen? Ja. Das war's. Das war geil am Rennerbaudern. Ja, voller. Unverspurte Autobaudern. Ja, da ist gar nichts gut. Ja, total. Über den Europa-Bruppen drüber. Wir haben es nicht und nicht noch geschafft. Wir waren eigentlich ein ziemliches letztes Auto bevor die Sperre am Rennern. Ja, genau. Voll schön. In Richtung Italien ist schon alles gespart. Wir haben es komplett gespart. Und bei uns sind auch schon ein paar los wegen King. Also echt. Wir haben es auch glücklich gehabt. Sonst hätte man immer nachgemessen. Auf der Autobahn. Im Schnee voll. Mit hoher Warten-Tank. Aber mit einem Rall mit gehabt. Genau. Also technikredigen immer. Ja. Also nutzt es auch. Genau. Voll süß. Genau. Ja. Voll süß. Und so lange weiterverfahren. Genau, ja. Und ein bisschen Aufsehen. Aber wascht es auch nach dem Bike-Knappe hoch. Das tue ich auch. So jetzt bringen. Kettenpflege und die Lage ein bisschen fett und gescheit. Weil einfach das Ganze ein bisschen drunter leidet. Ja, genau. Genau. Also hoffen wir, dass wir noch gut heimkommen. Genau. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Wir sind wieder gut in den Lagel angekommen. Und jetzt gibt es noch eine schöne Schaumbäsche für Bike und Auto. Weil natürlich das Salz eine Katastrophe ist. Und der Unterboden und alles. Ja. Die ist so gut. Ja.